Hallo liebe Community, damit er sich mal ganz kurz das Lecker erfüllt siehe. Ihr wisst ja, mittlerweile hat sich sicher umgesprochen, bis 31.05. geht die Lof. Danach gibt es das so nicht mehr. Ob es eine kurzzeitige Übergangsfrist gibt, das weiß noch keiner. Vermutlich nicht. Also ich würde sagen, schnell sein, wenn ihr noch was haben wollt mit LOF. Ich zeige euch schnell noch ein bisschen was, was wir noch da haben. Also los geht's. Also wir haben auf jeden Fall noch da Segway V-Lane mit LOF. Da haben wir noch ein paar da. Wir haben da Maverick R in gelb mit Smart Schock mit LOF-Zulassung. Eins, zwei, drei, hier geht's weiter, vier, fünf, sechs. Also von den gelben haben wir sechs, von den schwarzen haben wir drei noch da. Dann haben wir hier von den alten Maverick X3, was heißt alt, 23er Modelle, X3, die gab's auch zum kleinen Taler. Da haben wir auch noch ein paar da. Dann habe ich hier, falls mal einer was richtig geiles sucht, hier immer noch unser Rennfahrzeug da, komplett umgebart mit allem drum und dran. Da haben wir den Preis ein bisschen gesenkt. Liegt jetzt irgendwas um die 49 brutto. Ja, dann haben wir Pro-Air-Viersitzer mit LOF. Dann haben wir hier einen Turbo S-Viersitzer mit LOF. Dann haben wir noch Pro-Air haben wir noch da in Azur-Blau mit LOF. Turbo-Air haben wir da in Militari. Hier haben wir was Gebrachtes. Hier haben wir noch Pro-Air in Schwarz mit LOF. Da haben wir, glaube ich, noch drei. Hier haben wir noch ein komplett fertiges Modell. Das ist natürlich kein Schnäppchen. Hier ist alles dran, was man für Geld kaufen kann. Das ist übrigens der Klon zu meinem, den ich selber fahre. Also eins zu eins mit dem teuren Auspuff, mit Reserverad, mit allem drum und dran. Ein paar Ranger haben wir auch noch mit LOF. Und hier haben wir auch noch ein Turbo-Air in Grau. Auch mit LOF. So, jetzt gucke ich mal schnell hinter, was wir da noch haben. Und dann geht's los. So. Hier haben wir noch ein Lanz oder Orsus. Auch mit LOF. War ein Scherz. So. Hier, den machen wir auch gerade fertig. Den haben wir auch noch. 24er Modell Pro-Air. Auch mit LOF. Und hier haben wir auch noch ein bisschen was stehen. Hier haben wir noch ein Pro-Air. Auch mit LOF. Ja, Ranger haben wir noch. Ja, hier hätten wir noch einen Viersitzer. Pro-Air. So. Und hier draußen, das sind aber Kundenfahrzeuge. Ja, genau. So. Also das ist das, was wir aktuell da haben. Wir haben noch drei oder vier XP-Pro. Die sind noch nicht da. Die sind noch auf dem Weg hierher. Und wir haben noch ein paar Turbo-Air, die sind nachher auf dem Weg hierher. Ja. Also, wenn ihr noch was haben wollt, schnell sein. Die letzten Tage sind schon fünf, sechs Fahrzeuge wieder raus. Gebt Gas. Also Jungs, bis bald. Und das muss für heute reichen. Voll goldig Schüssel, Alter. Voll goldig.